Kardamom und seine gesundheitlichen Vorteile In alten medizinischen Traditionen kann Kardamom Halsschmerzen, Zähne- und Zahnfleischentzündungen, Staum, Tuberkulose, Magen, Niere und Lungenprobleme heilen auch als Gegenmittel für Spinnen und Schlangenbisse verwendet werden. Es wurde lange erwähnt, und vor kurzem in Laborstudien, um erfolgreich zu behandeln. Harnwegsinfektionen, Orkonary Seit Jahrhunderten ist Kardamom mit aphrodisischen Eigenschaften mit der Fähigkeit, Impotenz zu heilen, angepriesen. H. Pylori-Bakterium, das Darminfektion und chronischen Schmerzen verursacht. In der frühen und modernen Medizin wird Kardamom geglaubt, um Stimmung zu haben Elevating-Eigenschaften, wird es sowohl als Antidepressivum und in Aromatherapie verwendet. Es wird gesagt, um Probleme mit Muskelkrimpfen zu verkörpern, und nach Studien an der Central Food Technological Research Institute in Indien, enthält mehrere Blutgerinnsel verhindernde Komponenten. Studien zeigen, dass die vielen Schichten von Phytonährstoffen in Kardamom sogar Krebsschutz und verbesserte Durchblutung, die Herzschutz ist Ernährungsweise, kein anderer Vitamin oder Mineralstoff in Kardamom kommt dem Angangehalt nahe, der 80% des empfohlenen Wertes in einem einzigen Esslöffel ist. Sie finden auch kleinere Mengen an Ballaststoffen und Eisen, sowie viel Vitamin C, Calcium, Magnesium, Kalium, Biodoxin, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A und Zink Polythylöle in diesem Gewürz sind auch wichtig, Limonen ist die wie auch Bienen, Sabinen, Mössen, Philandren, Terpinen, Terpinolen, Linalol, Terpinen-4-Öl Atherpineol, Atherpineolacetat, Citronelol, Neurol, Geraniol und Methyl-Eugenol Studien zeigen, dass diese Öle der Hauptgrund für ihre Wirksamkeit bei der Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen sind Grüner Kardamom Meistens in Südindien angebaut, besteht diese Sorte aus fettgrünen Hülsen und ist die überlegene Qualität des Kardamoms. Es ist sowohl in Pulverform als auch in Pulverform erhältlich. Die ganze Hülse hat eine gute Haltbarkeit und kann das Aroma der Samen behalten. Es wird verwendet, um sowohl schmackhafte und süße Gerichte zu schmecken. Dieses duftende Gewürz wird zu reichen Carries und auf Milch basierenden Zubereitungen hinzugefügt. Tee und Kaffee werden auch mit Kardamom gewürzt. Es wird sogar in gewürzten Kuchen und Brot verwendet. Braune Kardamom Diese Sorte zeichnet sich durch Hülsen aus, die größer sind als der grüne Kardamom und eine behaarte Textur haben. Sie ähneln winzigen faserigen Kokosnüssen. Es wird nur in wohlschmeckenden Speisen wie Birani und Carries verwendet. Sie sind auch ein wesentlicher Bestandteil in Garam Masala. Die dunkelbraunen Samen sind bekannt für ihren medizinischen Wert, besonders wegen der Anwesenheit von Kohlenhydraten, Protein, Feuchtigkeit, flüchtigem Öl. Rohfaser Phosphor, Calcium und Eisen Das flüchtige Öl besteht aus Cineol, Terpinen, Limonen, Sabinen und Terpeneol in Form von Essigsäure. Boden Kardamom Dies wird durch Zerkleinern des Kardamoms unter Verwendung eines Mörtels und einer Pistole zur Bildung von Kardamompulver erhalten. Es wird als Aroma in Mehreren Gerichten verwendet. Es hat weniger Aromen als die ganzen Hülsen und ist leicht im Lebensmittelgeschäft erhältlich. Gesundheitliche Vorteile von Kardamom Schluck auf Kardamom ist ein krampfhaftes Gewürz, das Ihnen helfen kann, Schluck auf loszuwerden. Es bietet Erleichterung von unwillkürlichen Muskelkrämpfen, wie Darm und Magenkrämpfe Entgiftung Kardamome sind bekannt, um den Körper zu entgiften. Sie sind reich an Mineralien und Vitaminen wie Vitamin A, B, C, Niacin, Riboflavin etc. Es ist ein großer Blutreiniger und entfernt überschüssiger Harnstoff, Calcium und andere Toxine aus der Niere. Dies ist ein Hausmittel verwendet Postlieferung. Antioxidantin Viele der Phytonährstoffe, Vitamine und ätherische Öle, die in Kardamom vorhanden sind, wirken die Antioxidantin. Dieses magische Gewürz hilft beim Aufräumen. Der Freien Radikale und neigt dazu, der zellulären Alterung zu widerstehen. Depression Obwohl die wirkliche Wissenschaft hinter den antidepressiven Qualitäten dieses Gewürz noch nicht studiert worden ist, glauben auch weder Praktizierende fest daran, dass der Kardamom-Tee ein perfekter Weg ist, um Depressionen zu bekämpfen. Es hat eine natürliche Zutat, die dazu neigt, den Körper zu entgiften und die Zellen zu verjüngen, die bei der Bekämpfung von Depressionen insgesamt helfen. Kalt und Grippe Kardamom ist ein scharfes Gewürz, das dazu neigt, bei der Vermeidung und Linderung von Kälte und Grippe-Symptomen zu helfen. Kardamom ist ein gutes Haus. Heilmittel für Kälte und Grippe Gerade machen Kardamom-Tee, verbrauchen und ihre Kopfschmerzen und Kälte wird in einem Jiffy verschwunden sein. Pathogene Menschen mit Infektionen gelten als Herzpatienten, die bekanntermaßen Infektionen aufgrund ihrer therapeutischen Eigenschaften zu verhindern sind. Die verschiedenen ätherischen Öle in Kardamom hemmen das Wachstum von Bakterien, Viren, Schimmel und Pilz. Mundgeruch Mundgesundheit Kardamom ist eine Heilung von Mundgeruch. Abgesehen von seinem Merkmal, das bei der Heilung von Mundgeruch hilft, wird Kardamom auch für Mundgeschwüre und Mundentzündungen verwendet. Kauen Paar Kardamom-Samen und es löst die Atemprobleme. Asthma Kardamom gilt als sehr vorteilhaft für Asthma-Patienten. Es wirkt auch als natürliches Heilmittel für Keuchhusten und Bronchitis. Verbessert den Appetit Fügen Sie etwas Boden-Kardamom zu Ihrem Curry oder kauen einige seiner Samen, um Ihren Appetit zu verbessern. Löst Verdauungsprobleme aus Kardamom-Samen sind die beste Lösung für Verdauungsstörungen, Aufstoßen und Blähungen Probleme. Kardamom hilft, Ihre Verdauung der Nahrung zu verbessern. Hypertonie Für diejenigen unter Euch, die unter Bluthochdruck leiden, ist Ihr zeitraubendes Kardamom regelmäßig, da dieses Gewürz die Fähigkeit hat, die Blutzirkulation in die Lunge zu verbessern. Dies hilft bei der Reduzierung Ihres Blutdrucks. Hautvorteile von Kardamom Neben der Anwendung in Speisen und Getränken wird dieses aromatische Gewürz auch in der Kosmetik verwendet, um seinen Duft zu verleihen. Kardamom-Öl, aus Kardamom-Samen gewonnen, hat einen warmen und würzigen Geruch und große therapeutische Effekte. Verbessert die Komplexität Einer der Vorteile von Kardamom ist, dass es Ihnen mit fairen Haut bieten kann. Kardamom-Ätherisches Öl hilft bei der Beseitigung von Makel, sodass Sie einen schöneren Tag Verbessert die Blutzirkulation Kardamom enthält Vitamin C, die ein starkes Ansoxidans ist. Es verbessert die Durchblutung im ganzen Körper und verbessert sie den Hautton. Behandlung von Hautallergie Schwarzes Kardamom hat antibakterielle Eigenschaften. Es kann als Antiseptikum zur Behandlung von Hautallergien verwendet werden. Verleihdduft Kardamom wird oft in der Kosmetik verwendet, um Duft zu vermitteln. Wegen ihres ausgeprägten, würzigen, süßen Duftes werden sowohl Kardamom als auch Kardamomöl in Parfums, Seifen, Körperwäsche, Pulver und anderen Kosmetika verwendet. Orientalische Parfums und andere duftende Produkte verwenden oft Kardamom als Zutat. Zusätzlich zu anderen ätherischen Ölen Therapeutische Eigenschaften Kardamom kann in Hautpflegeprodukte für antiseptische und entzündungshemmende Zwecke gemischt werden, um die Haut zu beruhigen und zu beruhigen, dank ihrer therapeutischen Effekte. Wenn es zu Parfums hinzugefügt wird, kann es die Sinne anregen. Gesichtsseifen verwenden Kardamom, um die wärmende Empfindung auf der Haut zu verleihen. Diese Kosmetik mit Kardamom aus therapeutischen Gründen sind als Aromatherapieprodukte bekannt. Großer Maskierungsagent Der starke Duft von Kardamom kann unangenehme Gerüche anwehren. Dies macht es zu einer hervorragenden Ergänzung zu kosmetischen Produkten wie Toner, die eine Bestimmte Funktion dient aber Riechen unattraktiv wegen der Einbeziehung bestimmter Zutaten. Kardamom wird zu diesen Produkten hinzugefügt, um den unangenehmen Duft zu maskieren, während der Nutzen, der Kosmetik beibehalten wird. Lippenpflege Kardamom ätherisches Öl wird oft hinzugefügt, um Kosmetika, die auf die Lippen wie Lippenbalsame angewendet werden, um den Geschmack des Öls zu vermitteln und Machen Sie glatt Klare Haut Schwarze Kardamome helfen beim Ausspülen der Toxine, freie radikale und gefährliche Flüssigkeiten, die schädlich für den Körper einschließlich ihrer Haut sind. Also Korn auf einige Schwarzer Kardamom entgiftet ihren Körper und versorgt so eine klarere Haut. Haarvorteile von Kardamom Wir alle sehnen uns nach langen und glänzenden Haaren. Gerade wie der Rest unseres Körpers benötigen unsere Haarfollikel eine ausreichende Versorgung mit Nährstoffen für ihr optimales Wachstum und ihre Wartung. Nährt die Kopfhaut Schwarze Kardamome haben ansoxidative Eigenschaften, die der Kopfhaut und den Haarfollikeln Nahrung verleihen. Behandlung von Kopfhautinfektionen Kardamome besitzen antibakterielle Eigenschaften, die die Kopfhaut vor Infektionen und Reizungen verhindern. Haargesundheit Kardamom hilft bei der Stärkung der Wurzeln und hilft ihnen dabei, starkes Haar zu gewinnen. Es ist auch bekannt, Glanz und Glanz für ihr Haar zu bieten. Die gesundheitlichen Vorteile von Kardamom gehören Magen-Darm-Schutz, Cholesterin-Kontrolle, Kontrolle von Krebs, Erleichterung von Herz, Kreislaufprobleme und die Verbesserung der Blutzirkulation im Körper. Es ist nützlich für die Heilung von Zahnkrankheiten und Harnwegsinfektionen wie Zystitis. Nephritis und Gonorrhoe Kardamom besitzt aphrodisische Eigenschaften und wird auch als Heilmittel für Impotenz, Erektile Dysfunktion und vorzeitige Ejakulation verwendet.